Die mittlere ist acht Jahre alt, also ja, geschätzt und die mittlere acht Jahre alt. Sie hat neulich gesagt, wenn ich kein Handy kriege, dann ziehe ich zu Pippa. Sie hat also damit gedroht, zu ihrer Freundin Pippa zu ziehen, wenn sie kein Handy kriegt von uns. Und wir haben daraufhin gesagt, okay, pack deine Sachen, wir haben mit den Eltern gesprochen, das geht klar.